Gott macht hin, Bauarbeiter, Zimmerer, Schreiner, was auch immer. Gib mir Bretter. Mir einfach nur ein Brett fehlt, ey. Game saved. Zack und zack. Na komm, jetzt mach mal hin hier. Ne, fehlt ein Brett für das scheiß Warenhaus, ey. Ein Brett. Mir geht's genauso. Ich mag grad, dass endlich das Brett geliefert wird. Aber die Schreiterei braucht zu lange. Achso, nee, das ist ja ein Sägewerk. Hups, Entschuldigung. So, minus 250. Was brauchst du denn so viel? Ja, die Grafik ist schon überragend, muss man sagen. Ha, endlich, die Bretter sind da. So, dann noch die restlichen Felder aufbauen. Ah, wir haben das nächste. Ach, ich hab schon nicht, äh, die ist voll. Okay. Dann arbeitet mal schneller. Ach, ach. Ich werde vermutlich nachher die beste Infrastruktur haben. Halt es für ein Gerücht. Was sehen wir dann, wenn's soweit ist? Nachher, ich fasse klar, wo ich dann nachher mit ansage. Ah, ja. Ich werde euch, ich werde euch finden. Das halte ich für ein Gerücht. Und mal das hier hinsetzen. Nochmal das. So. Es geht voran, nur noch minus 199. Ach, verdammt. Wie hast du das hinbekommen? Ein Loker, oder? Ich verkaufe Alkohol. Aber wie kriegst du so ein Hohn? Negativ-Dings-Hin. Okay, du weißt, was ich mein. Was? Nee, was meinst du denn? Bilanz, Bilanz. Das ist deutsche Sprache nicht so meins, weißt ja. Uff. Bruder muss groß. Hast du gerade Bruder muss groß rausgehauen? Natürlich hab ich doch rausgehauen. Das war eine Empfindung, Alter. Plus von 20 Bauern. Wir brauchen Bauern. Um positionieren. Da viele Güter, die werden jetzt erst produziert. So, wie sieht's aus? Wir haben viel zu viel Baumstämme. Wir brauchen mehr Baumstüren. Ach, als würde ich es gerade erwähnen. Ich kann mal gucken, was ich denn so hab. Ich hab zu wenig Holz. Scheiße. Full Outputs Deutsch. Ich sollte vielleicht ein neues Warenhaus bauen. Wenn ich die Bretter dazu hätte. Scheiße. Hm. Ich hab so ein dezentes Problem. Mit Holz? Ich auch. Was habt ihr denn für Probleme mit Holz? Ich freu mich drauf, wenn das echt ins Deutsch übersetzt wird. Die dumm... Diese Beleidigung dann auf Deutsch, so 1800er Beleidigung. Freu ich mich richtig drauf. Okay. Worauf freut sich Dennis bei deinem Aufbauspiel auf die 1800er Beleidigung aus dem 18. Jahrhundert? Ich freu mich auch auf nichts anderes. Hast du recht. Auf was sollte man sich sonst freuen? Das ist ja sonst ein Scheißspiel. Oh. Ach, da sieht man noch die ganzen... Erzunzug gedöns, was man auf der Insel hat. Erzunzug. Was denn? Das ist doch Erzgedöns. Little Ship. Wo ist eigentlich mein Schiff schon wieder? Ach, da. Die Schiffe sind halt massiv langsam. Wenn man die Geschwindigkeit von 2205 gewohnt ist, ist das definitiv sehr langsam. Die Schiffe sind ja auch nicht die Jüngsten. On our way. Wenn sich das anhört. So. Die sind nicht mehr die Jüngsten. Sie sind so alt, dass sie nur noch den Kriegmodus fahren können. Wir haben eigentlich genug Zeug, um das, äh, die aufsteigen können. Steigt auf! Auf was? Auto? Kann ich? Boah? Game saved. Ach, ich brauch 10. Scheiße. Alter, was ist denn da für eine Karawane an Menschen, ey? Siegewerk wird schneller. War das 18. Jahrhundert nicht auf Sklavenhaltung und so? Das ist ein schwieriges Thema. Ne, wir spielen ja ein, eine, ähm, Aufbausimation im 18. Jahrhundert. Ist eine, ist eine berechtigte Frage, ob es auch Sklaverei gibt. Wenn man es genau nicht müsste, ist es das eigentlich geben, aber dadurch, dass Anu sich da ein bisschen an aktuelles Recht hält. Aktuelles Recht, das ist Auslegungssache. Hey, wo ist mein Schiff hin? Hat sich verstanden. Was macht mein Schiff? Ach, ich hab das Fisch. Äh, genau, Fisch. Schiff, du bist neidig so ein Fisch. Kann man eigentlich den Inseln, ja, man kann den Inseln nahe ändern. Mille France. Wenn du das gerade so schön sagst, dann mach ich das doch gleich mal direkt. Ihr könnt euch schon mal Frankreich nennen, ihr werdet nämlich gleich kapitulieren, was? Schwierig. So, wie... Wo ist meine Maus schon wieder? Oh, na... Wenn du vier Bildschirme hast, dann ist das Standardproblem. Finde die Maus. So, Holz geht jetzt langsam wieder voran. Weißt du, was da mache ich jetzt noch? Dins? Wie nenne ich meine Insel? Buchsehude. Hey, was denn? Wenn du schon so fragst, warum nicht? So, dann machen wir einmal das hier und... Einmal das hier. Dann brauche ich noch ne Straße. Ach so? Ähm... Du bist... Werhaus. So, wir brauchen Fleisch. Hä? Ja genau, Feuer, direkt gönnt euch, Alter. Hä? Hatte ich nicht die Weinproduktion schon angebaut? Scheinbar nicht. Äh, Schnappsproduktion schon so rum. Ich hab meinen Inselnamen gefunden. Ach, ich hab auch so die Schnappsproduktion nicht angeschmissen. Uppsala! Mein... Mein Name ist eine Anlehnung an ein... Ein Total War Spiel. Total War? Okay. Welches dann? Empire. Ich liebe dieses Spiele. Äh, wüsste ich jetzt gerade so spontan nicht, welches du meinen könntest. Bei dir. Weil ich hab ja auch einiges an... Könnt ihr bitte aufhören zu brennen, wäre ich sehr dankbar drum. Brennend! It's a burning man! Halleluja! It's a burning man! Missing goods. Natürlich auch mal ein bisschen einzeln. Schauen wir doch mal, was uns geläubt zu machen. Hey. Laufen ja einige rum. Hör aufhören zu brennen. Besser das mit Hand. Hm. So. Äh... Kleidung fehlt noch ein bisschen? Gehen die eigentlich automatisch, äh... upgraden oder nicht? Nein, machen sie nicht. Dem musst du das zuweisen. Ach so. Das hat sie halt zu gendert. Okay. Ja, ist gut. Es brennt halt immer noch. So. Ähm... Was haben wir denn für neue... ...sachen? Bricks? Okay, das heißt, ich brauche jetzt die... ...Clay... ...Clay... ...Kell? Was haben wir hier? Trade Union. Masters of the Craft improved Nervy Productivity from here. Aha. Oh, ich sollte mal noch... Ich brauche mal Bauernhäuser, fällt mir gerade mal auf. Ja, das ist halt echt schwierig, das im Lot zu halten. Also einfach... Das ist im Prinzip... Man kann einen ganz leichten Trick anwenden. Jedes Bauernhaus bringt eine gewisse Pluszahl. Vier. Und man muss im Kopf halt nebenbei oben rechnen. Weißt du? Game saved. Rechnen? Was ist das? Habe ich mir schon gedacht, dass es Schwierigkeiten nicht werden könnte. Hahaha. So. Da machen wir mal die Straßen wieder ein bisschen weiter hier. Ah, ich weiß schon was ich möchte. Könnt ihr bitte aufhören endlich zu brennen? Hast du keine Feuer... Hast du keine Feuerstation hier, Fire Station? Natürlich habe ich eine. Aber es brennt halt immer noch. Meine Frage ist, warum brennt denn bei dir was? Das ist eine interessante Frage. Oh, ich habe die Piraten gefunden. kannst du behalten behalten sie für dich ist und sie findet das state of war was ist mit krieg die piraten haben mir den krieg erklärt das muss ich ja auch noch machen wo bist du eigentlich gerade nur mal so als neugier das verrate ich nicht ich werde sowieso gleich herausfinden ich fahre einfach quer durch die map und dann irgendwann ich muss einfach nach frankreich ausschau halten nach frankreich der war hat der war wirklich hart es brennt immer noch ja scheint so ne weiss ja auch nicht wie ich auf die idee kommen das kann ich dir nicht beantworten eventuell das bei dir seit fünf minuten einfach gefühlt alles endlich das feuer wurde gelöscht nach 3000 jahren hat ja auch lang genug dauert es hat 1800 angefangen zu brennen ist heute gelöscht worden was habt ihr denn für eine bilanz momentan erzählt doch mal plus 333 minus 200 wie kriegt man das denn hin das ist ein npc also wissen wir auch schon klar ja wenn du so fragst muss ich dir blöd antworten ja du kannst du nur blöd antworten das ist jetzt nicht freundlich bist du sicher das hat mich tief erletzt die wahrheit tut weh genau kurz afka oh je so so was brauche ich denn eigentlich für die kirsche 20 holz und 25 briggs so ich brauche ein npc das brauche ich das kann ich bauen eine weizenfarm was leben wir jetzt nach schwiegerbretter ich brauche zu viel bretter du kannst halt nicht so ein brett sein wie ich oh gott war der schlimm der weg sie ist es ein kann ich jetzt langsam mal bitte genug bretter haben so macht es doch mal hin meine holzfäller sind irgendwie immer so langsam was mein sieg werke muss ich mal gucken dass ich die schnelle bekommen ja mit holz habe ich auch immer noch zu kämpfen game save und wie viele holzfelder und sieg werke hast du inzwischen 3 3 ok so sind wir da schon mal den markplatz wie sieht es eigentlich aus mit meinem holz vorrat ich sollte vielleicht ein weiteres sieg werke bauen naja stimmt wollte ich mir auch mal angucken ich habe immer noch ein plus von 29 baum stemmen so was ist hier so ja ich bin der boss danke der nachfrage wenn ich schon so sagen schaut mal da ist der boss dann muss ich ja doch steht der antwort ja ich bin ich ich brauche mehr lehr ich brauche mehr holz und mehr arbeit so bitte seid nicht out of range gut sie sind nicht auf out of range das ist schon mal von vorteil ja dann nein mein problem ist dass ich zu wenig arbeit gehabt das geht sogar tatsächlich noch bei mir ich habe minus 55 minus habe ich jetzt nicht ich habe 90 plus 90 bauern und plus 60 werke aber ist auch nicht gerade die welt mit jetzt kapiere ich ich habe zu wenig leute von der zweiten stufe jetzt 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 noch die straße wie sieht eigentlich mit der produktion aus ja das hält sich jetzt im lot wir haben zu viel zu viel fisch was müssen für eine fruchtbarkeit ich habe zu wenig bewohner in dem haus da auch da auch überall zu wenig so jetzt wenn ich die dann da hinten noch mal ausprobieren so das ist dann das gar dann kartoffeln sind bei mir kritisch muss man mit der kartoffeln bauen so wie sieht es denn jetzt so aus mit heute habe ich immer noch so einen deutschen überschuss dann kann ich ja ruhig auf noch ein siegewerk basteln mal sehen wo ihr steht markt ich habe dich immer noch nicht gefunden wo ist mein schiff hier dann immer wieder ihr schiff wurde versenkt ich weiß ich weiß auch nicht guck mal da ist das schiff von nöckhaus ok das heißt du bist irgendwo da unten nöckhaus die vor allem ja schön dass du so viel mit mir redest wir wissen überhaupt schon wieder wir haben zu wenig helfende hände Bis zum nächsten Mal.